Hallo Yogis, herzlich willkommen beim Yoga. Wir sind heute in Aguas Calientes. Start. Danke fürs dabei sein. Namaste. Fangen wir an. Hände nach unten und kreisen wir die Schulter abwechselnd nach hinten. Nach vorne. Nach hinten. Nach vorne. Halten wir an. Die Arme ausschütteln. Die Beine hüftbreit auseinander. Hände auf die Hüfte. Leicht in die Knie gehen und kreisen wir die Hüfte nach rechts. Und in die andere Richtung kreisen. Locker, sanft, gemütlich. In die andere Richtung kreisen. Und wechseln. Halten wir an. Atmen wir ein. Ausatmen. Nochmal. Einatmen. Ausatmen. Noch einmal. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Und locker lasse. Die Beine grätschen. Die Fußspitze nach außen. Hände auf die Hüfte. Und fangen wir an, um sein Gewicht von Seite zu Seite zu lang an. Langsam. Sanft. Und locker. Den Mauchnabel nach innen. Und nehmen wir die Arme mit. Und den Kopf mitnehmen. Zur Seite schau. Kopf passen. Kopf passen. Nür die Arme. Nür die Arme. Ohne die Arme. Nur die Beine. Halten wir an. Wechseln wir die Seite. Kommen wir zur Mitte. Kommen wir zur Mitte. Leicht in die Knie gehen. Der Bauchnabel nach innen fest. Und fangen wir an zu wippen. Kommen wir zur Mitte. Und wieder. Und wieder. Kommen wir zur Mitte. Für. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Einatmen. Hoch. Ausatmen. Einatmen, durch den Mund ausatmen, zwei noch, letztes, und komm wieder hoch, ganz locker, Füßspitze nach innen, Füßspitze nach innen, Füßspitze, Füßspitze, und locker lassen. Die Füße parallel, strecken wir uns aus, verschwenken wir die Finger über den Kopf, Handfläche nach oben, Schultern hoch und nach unten ziehen. Atmen wir ein und aus, nehmen wir unser linker Handgelenk mit der Hand, atmen wir ein und wir gehen nach links ein bisschen. Und wieder hoch, hoch, einatmen, runter, ausatmen, einatmen, ausatmen. Komm hoch, atme ein und gehen wir zur Seite, atme aus. Spür die Streckung an die Seite, genieße es. Komm hoch, atme ein und runter, ausatmen, locker lassen. Sprecken wir die Arme nach oben aus, atmen wir ein und runter, ausatmen. Nehmen wir unser rechtes Handgelenk mit der Hand, atmen wir ein und gehen wir nach unten. Ausatmen, ausatmen, und wieder hoch, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ausatmen, noch einmal, einatmen, ausatmen, hoch, atme ein und wir gehen in die andere Richtung. Ausatmen, spür die Streckung, mach dich lang, genieße es. Komm hoch, einatmen, Hände nach unten, ausatmen, lass locker. Kopf nach hinten, einatmen, Kinn und Brust zusammen, ausatmen. Kopf nach hinten, einatmen, nach unten, ausatmen. Wieder hoch, einatmen und ausatmen. Kopf gerade, die Schulter lockern, die Beine grätschen. Wir drehen den einen Fuß zur Seite, der andere kommt parallel. Hände auf die Hüfte, atmen wir ein und beim Ausatmen Hüfte und Schulter zur Seite drehen. Wir überwarten den Fuß und das Bein anwinkeln, bis wir die Fußspitzen nicht mehr sehen. Wir bereiten uns für den ersten Krieger vor. Hände nach unten, strecke die Hände hoch, atme ein und atme aus. Mach dich lang, spür die Streckung in die Wibelsäule, ganz lang. Atme ein, zweiter Krieger, öffne, ausatmen. Brustkorb, Hüfte nach vorne und liegt zur Seite. Pass auf, dass dein Bein aktiv ist, nicht nach unten geht. Aktiv. Rückwärtskrieger, nach hinten, einatmen. Und nach vorne, ausatmen, Unterarm aufs Oberschenkel stellen. Hand hoch. Hand hinter dem Kopf. Atme ein und dreh dich nach unten ein bisschen. Ausatmen, hoch. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Hand nach oben. Ausatmen. Hand nach hinten. Versuch mal deine Hand zwischen Bein und Rumpf zu stellen. Blick nach oben. Genieß die Streckung, spür die Öffnung in deinem Brustkorb. Hand hoch. Einatmen. Bis auf den Boden gehen. Ausatmen. Beide Hände auf den Boden. Fersen hoch. Einatmen. Das Brett. Ausatmen. Atmen wir ein. Der Hund atmet ihr aus. Wegen hoch und nach hinten. Ein kleiner Schritt nach vorne ist immer erlaubt. Den Rückenlag. Atme ein. Die Katze. Ausatmen. Ausatmen. Zu Spitze lang. Atme ein. Das Kind. Ausatmen. Stirn auf den Boden. ausatmen. Atmen. Die Katze. Einatmen. Hoch. Der Hund. Ausatmen. Wir gehen hoch und nach hinten. Auf die Füßspitze. P congregieren. hoch und gehen wir nach vorne. Vorbeugehaltung, die Arme nach vorne ausstrecken, einatmen, nach unten die Hände, ausatmen. Locker lassen, wir drehen uns nach vorne, die Beine grätschen, wir wechseln die Seite, den Fuß zur Seite stellen, der andere parallel, Hände auf die Hüfte, atmen wir ein und beim Ausatmen zur Seite drehen. Wir bewachten den Fuß, einatmen, erster Krieger, ausatmen, Knie nach unten, Hände nach unten, hoch, einatmen, atmen wir aus. Bleib unten, sehr schön, sehr gut. Spür die Streckung in die Wirbelsäule. Atmen, wir ein, zweite Krieger, öffnen, ausatmen. Zur Seite schauen, Brustkopf und Hüfte öffnen, Druckwärtskrieger nach hinten, einatmen. Ausatmen, Unterarm aufs Oberschenkel, Hand hoch, einatmen, ausatmen, den Rücken umarmen, nach hinten, Blick nach oben. Das ausgestreckte Bein ist aktiv. Lass nicht hängen, streck sie aus. Hand hoch, einatmen, nach unten, ausatmen, beide Hände auf den Boden, Ferse hoch, das Brett. Atme ein, der Hund, Kopf, ausatmen, den Rücken hoch und nach hinten. Atme ein, die Katze, ausatmen. Für Spitze lang, einatmen, das Kinn, ausatmen, stehen auf den Boden. Atme ein, die Katze, ausatmen, Rücken rund, einatmen, streck dich aus, ausatmen, einatmen. Ausatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Letztes Mal, einatmen, ausatmen. Für Spitze auf den Boden, wir bereiten uns für den Hund vor, atme ein, der Hund ausatmen, einatmen, hoch und nach hinten. Ausatmen, auf die Spitze, Ferse hoch und nach vorne gehen. Streck die Arme nach vorne aus, einatmen, hoch, Hände nach unten, ausatmen. Locker lassen, und wieder nach vorne. Wir stellen den rechten Fuß auf der linken Seite. Wir strecken die Arme zur Seite aus, atmen wir ein und beim Ausatmen drehen wir uns nach hinten, nach rechts. Bein nach hinten schauen. Wir arbeiten mit der Lungenkapazität, verbessern wir sie, indem wir ja nun in die Drehung mit ein bisschen mehr Kraft atmen, komplett mit der linken Lungenkapazität, komplett mit der linken Lunge, die jetzt zur Zeit ganz zerquetscht ist. Zurück, einatmen, Hände nach unten, ausatmen. Locker lassen, auf die andere Seite. Wir wechseln den Fuß, die Arme öffnen sich, atmen wir ein und wir drehen uns nach hinten, nach links, ausatmen. Weit nach hinten, weit nach hinten, weit nach hinten, atmen weiter, bewusst und fließend. Zurück, einatmen, Hände nach unten, ausatmen. Locker lassen und lösen. Wir nehmen dann unser linkes Wein hoch, halten wir sie mit beiden Händen fest. Gleichgewicht und Konzentration. Falls nötig ist, kannst du dich fest an der Wand halten, wenn du es brauchst. Wir öffnen das Wein, Arm zur Seite ausstrecken. Fußsohle auf die Leiste stellen. Wenn du es schaffst, komm mit beiden Händen über den Kopf. Pass auf, du kannst hier bleiben oder machst die nächste Variation. Deine Arm kommt auf die Oberschenkel. Atmen. Chin Mudra. Chin Mudra. Ein, zwei in die Finger. Atmen wir ein und beim Ausatmen gehen wir leicht zur Seite. Atme bewusst und gehen wir wieder hoch. Ausatmen. Einatmen. Hände hoch. Ausatmen. Namaste. Atme und Bein öffnen. Einatmen. Und nach unten. Ausatmen. Locker lassen. Atme ein und aus. Wir wechseln die Seiten. Das Wein hoch und mit beiden Händen festhalten. Fixiert irgendeinen Punkt auf dem Boden oder vorne. Wir öffnen das Wein, der Arm geht zur Seite auch. Der Fuß auf die Leiste stellen. Erst wenn du dein Gleichgewicht gefunden hast, geht die Atmung Hände über den Kopf. Vergiss nicht, du kannst dich auf einem Stuhl oder Wand festhalten, wenn du es brauchst. Versuch mal die folgende Variation zu machen. Wir nehmen die eine Hand nach unten. Chin Mudra. Ein und zwei in die Finger. Atmen wir ein und beim Ausatmen gehst du leicht zur Seite. Atme bewusst und weiter. Atmen bitte nicht vergessen. Kommst du wieder hoch. Einatmen. Namaste. Ausatmen. Arme und Bein seitlich öffnen. Einatmen. Und nach unten. Ausatmen. Locker lassen. Die Füße parallel. Gehen wir auf den Berg. Auf die Fußspitze. Hoch. Atmen wir ein. Und gehen wir wieder runter. Ausatmen. Ausatmen. Verschränk die Finger hinter dem Rücken. Atmen wir ein. Und beim Ausatmen versuchen wir eine leichte Rückwärtsbeuge zu machen. Ausatmen. Geh nur so weit nach hinten, wer es für dich angenehm ist. Umzug. Einatmen. Ausatmen. 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 Zur Seite gehen. Ausatmen. Wieder hoch. Einatmen. Ausatmen. Hoch. Einatmen. Ausatmen. Und weit nach vorne. Ausatmen. Und wieder nach vorne. Ausatmen. Langsam hoch. Nehmt ihr Zeit. Gehen in Shavasana. Für fünf Minuten. ungefähr. Und genießt, was du heute für deinen Körper gemacht hast. Wir danken Angelika, die uns heute geholfen hat. Wir danken den Aulus wieder, der gefilmt hat. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Mitmachen. Bis nächstes Mal. Namaste.